ARD Text im Auftrag von Funk Einfach in Richtung Urlaub Das probiere ich jetzt mal aus Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht Olivenöl, ein bisschen Zitrone Zitrone habe ich jetzt nicht hier Aber das ist eigentlich auch geil Die Bauta will ich nicht Olivenöl 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 Möse another Sööööö Möse Möse Du brauchst echt keine Angst haben. Mir geht es genauso wie dir. Ich brauche nur jemanden, mit dem ich ein Eis essen kann. Wirklich. Ganz ruhig. Mir geht es wirklich genauso. Wollen wir vielleicht einfach ein Eis essen gehen? Ich esse dich auch wirklich nicht auf. Hand drauf. Du bist ja nice. Okay.